Renate und Opa Albers bereiten eifrig alles für die nahende Weihnachtsfeier vor. Zwei schräge Vögel treffen listig Vorbereitungen für die Grashöperjagd. Auf der Schatzinsel trifft man letzte Vorbereitung, um das gestrandete U-Boot wieder flop zu machen. Und wir bereiten uns auf unsere Silvester-Sendung aus Berlin vor und gucken uns die Hauptstadt mal vom Wasser aus an. Tiger-Ensen-Club, Samstag um halb vier im Kinderkanal. Wenn ihr dem Kinderkanal fix was schicken wollt, dann geht das per Fax unter 0180 2 15 15 16. Wenn ihr mit dem Kinderkanal sprechen wollt, dann ruft uns an unter 0180 2 15 15 14. Wir sind jeden Tag von 8 bis 19 Uhr für euch da. Wenn ihr uns im Internet finden wollt, dann könnt ihr euch unter www.kinderkanal.de einloggen. Hier findet ihr alle Informationen über den Sender, die Moderatoren, das Programm und vieles mehr. Und an kinderkanal.mdr.de könnt ihr eine E-Mail schicken. Wenn ihr etwas über das Programm wissen möchtet, dann könnt ihr das über den Videotext erfahren. Ab Seite 100 auf unseren Videotextseiten. Wenn ihr dem Kinderkanal schreiben wollt, dann an diese Adresse. Der Kinderkanal ARD ZDF 99081 Erfurt. Und hier könnt ihr uns auch besuchen. Macht einen Termin mit uns aus, dann könnt ihr vorbeikommen und euch alles selbst ansehen. Es gibt viele Wege, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns darauf. Der Kinderkanal. Wenn, dann den.